Marie-E.D.M. e. Patrice Mauritze, Graf von Mecmaon, seit 1859 Herzog von Magenta, war ein französischer Militär und Staatsmann. Marschall von Frankreich und zweiter Präsident der Dritten Republik. Er war seit dem 14. März 1854 als 4-6-Jähriger mit der damals 20-jährigen Elisabeth Charlotte Sophie de la Croix de Castries verheiratet. Einsätze in Afrika Mecmaon stammte aus der Altiristchen-Familie Mecmaon, die nach dem Sturz der Stuarts nach Frankreich ausgewandert war. Ursprünglich sollte er die Laufbahn eines Geistlichen antreten, trat dann aber 1825 in die Kriegsschule von Saint-Cyr und danach als Suess-Lieutenant in die Generalstabsschule ein. Diese verließ er 1830 und wurde Lieutenant im 4E-Regiment des Hussards. Als Kapitän wurde er nach Afrika versetzt. Dort zeichnete er sich bei der Expedition nach Algier aus. Zurück in Frankreich nahm er 1832 als Adjutant des General Achat an der Belagerung von Antwerpen teil. Danach diente er als Adjutant 1837 bei General Damremont in Algerien, wo er beim Sturm von Konstantine verwundet wurde. 1840 diente er unter General Jean Garnier. Wegen seiner Tapferkeit stieg er zum Chef des Kadron auf und erhielt im Oktober 1840 das Kommando über das 10. Bataillon der neu errichteten Chasseurs d'Orléons. 1842 wurde er Lieutenant-Colonel des 2E-Regimenti-Tranger d'Infanterie. Im Jahre 1845 wurde er zum Colonel befördert und übernahm als Kommandeur des 41E-Regiment d'Infanterie. 1841 E-Regimenti-Infanterie d'Illinia im Juni 1848. Unter der Republik wurde er General de Brigade zur Verfügung des Generalgouverneurs von Algerien. Er wurde mit der Verwaltung der Provinz Rouen und später der Provinz Konstantine betraut. In dieser Stellung erwarb sich Mecmaon Anerkennung und wurde bei einer siegreichen Expedition als Kommandeur der Division von Konstantine 1852 zum General de Division befördert und dann zum Inspekteur General d'Infanterie ernannt. Krimkrieg 1855 kehrte Mecmaon nach Frankreich zurück und erhielt den Befehl über die 1er Division d'Infanterie im I. Korps der Nordarmee. Bald darauf wurde er zu Boskes II-Korps versetzt, welches im Krimkrieg kämpfte. Er traf noch rechtzeitig genug vor Sevastopol ein, um den siegreichen Sturm auf das Fort Malakow am 8. September anzuführen. Dort soll er den berühmten Ausspruch «J-Y-Suis, J-Y-Reste» getan haben. Aufgrund seiner militärischen Verdienste bei Malakow wurde ihm die Senatorenwürde verliehen. Darüber hinaus wurde ihm ein Kommando in der französischen Armee angeboten. Er lehnte jedoch ab und ging wieder nach Algerien. Nachdem er 1857 als Divisionskommandeur gegen die Kabüen gekämpft hatte, wurde ihm 1858 der Oberbefehl über die Land- und Seestreitkräfte der Kolonie übertragen, Sardinischer Krieg. Mecmaon befehligte im Sardinischen Krieg das 2-Armee-Korps. Dort gab er in der Schlacht von Magenta durch seinen rechtzeitigen Angriff auf der rechten Flanke der Österreicher den Ausschlag zum Sieg. Noch auf dem Schlachtfeld wurde er zum Marischal de France befördert und zum Herzog von Magenta ernannt. Auch an der Schlacht bei Solferino nahm er erfolgreich teil. Hierauf kommandierte er die 2. Armeedivision in Lille und wurde 1864 Pelissiers Nachfolger als Gouverneur von Algerien. Deutsch-Französischer Krieg Im Deutsch-Französischen Krieg 1870 erhielt Mecmaon das Kommando des I-Armee-Korps mit Hauptquartier in Straßburg. Als Napoleon III. seine Angriffspläne aufgab, ging Mecmaon nach Zabern zurück, zog eine Division des 7. Korps von Felix Charles-Duey an sich und nahm nach der Schlacht von Weißenburg eine gute Verteidigungsposition bei Wörth ein. Hier schlug er mit großer Tapferkeit die blutige Schlacht bei Wörth, wurde jedoch besiegt und zum Rückzug gezwungen. Dieser erartete schließlich in wilde Flucht aus, da Mecmaons hartnäckige Versuche, den Feind zurückzuwerfen, die letzten Kräfte seiner Truppen erschöpft hatten. Mecmaon sammelte die Überreste seines Korps hinter den Wurgesen, deren natürliche Geländehindernisse zu nutzen er versäumt hatte. Dann führte er sie mit großer Schnelligkeit nach Challenge-en-Champagne, wo ihm der Oberbefehl über die dorthin verspringten Teile der Chor I. V. und VII. und das neu formierte Zwölf-Korps zu viel. Er erhielt von der Regentschaft in Paris den Auftrag, mit dieser etwa 120.000 Mann zählenden Armee nach Metz aufzubrechen, um den dort eingeschlossenen Basahine zu entsetzen und den Krieg in den Rücken des Gegners zu tragen. Obwohl Mecmaon sich anfänglich weigerte, diesen Auftrag auszuführen, entschloss er sich zuletzt doch den wiederholten bestimmten Weisungen aus Paris, denen auch der in Mecmaons Hauptquartier anwesende Kaiser sich fügte, zu gehorchen. Er begann nun am 23. August den Marsch auf Metz, aber so unentschlossen und langsam, dass die deutschen Armeen die berühmte Rechtsschwenkung machen und ihn zur belgischen Grenze abdrängen konnten. Als Mecmaon die Festung Metz aufgab und nach Meziris zurückweichen wollte, war es zu spät. Er wurde auf Sedan geworfen und in der Schlacht bei Sedan am 1. September angegriffen. Früh am Morgen durch einen Granatsplitter schwer am Schenkel verwundet, musste er die Leitung der Schlacht an Ducot abgeben. Wodurch ihm erspart blieb, die Kapitulation zu unterzeichnen, er geriet mit der restlichen Armee in deutsche Kriegsgefangenschaft. Politische Karriere, Staatspräsident und Minister. Seinem Kriegsruhm hatte es Mecmaon zu verdanken, dass er nicht nur von der Anklage des Verrats verschont blieb, sondern auch nach Abschluss des Waffenstillstandes mit dem Oberbefehl der Armee von Versailles betraut wurde. Um die Pariser Kommune niederzuwerfen, auch danach behielt er das Kommando der Armee von Versailles und Paris. Seine Loyalität und politische Neutralität ließ ihn der monarchischen Koalition für das Amt des Präsidenten der Republik geeignet erscheinen, um unter seinem Schutz die Restauration des bourbonischen Königtums ins Werk zu setzen. Mecmaon ging darauf ein und nahm die nach Adolf et Thiers Sturz am 24. Mai 1873 auf ihn gefallene Wahl an. Trotz aller Unterstützung seitens des neuen Präsidenten misslang die Restauration infolge des Starrsins des Grafen von Schombor. Und Mecmaon sicherte sich nun eine starke Exekutive durch die von der Kammer am 20. November 1873 bewilligte Verlängerung seines Präsidiums auf. Sieben Jahre. Das sogenannte Zetennet. Doch hielt sich Mecmaon von den Tagesgeschäften der Regierung zurück und förderte nur die Begünstigung des Ultramontanismus durch seine Ministerien. Seine Stellung wurde durch die Verfassungsgesetze vom Februar und Juli 1875 befestigt. Mecmaon übernahm von Adolf et Thiers eine Vermittlungsrolle im Kolonialkonflikt zwischen Großbritannien und Portugal um die Herrschaft in der Delaguar-Bucht. Dem heutigen Maputo am 19. April 1875 entschied er die Streitigkeit zugunsten Portugals. Nach dem republikanischen Wahlsieg von 1876 ernannte er zunächst gemäßigte Regierungen. Am 16. Mai 1877 entließ er jedoch Premier und Innenminister Jules Simon. Er setzte ihn durch Albert de Broglie und Oscar Barri de Furtu und ließ neue Wahlen ausschreiben. Da diese jedoch zugunsten der Republikaner ausfielen und die Armeeführung von einem Militärputsch abriet, ernannte er am 14. Dezember wieder ein republikanisches Ministerium. Da ihm aber seine politische Lage unerträglich war und er auf einen Umschwung nicht hoffen konnte, nahm er das Verlangen der Minister nach Absetzung mehrerer Waffengefährten zum Anlass. Um am 30. Januar 1879 seinen Rücktritt einzureichen und sich ins Privatleben zurückzuziehen, er wurde im Invalidendom in Paris beigesetzt. Er wurde im Invalidendom in Paris beigeset. Er ist in Karlsruhe, er wurde im Invalidendom in Paris beigesetzt. Vielen Dank.